Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK. Ich habe jetzt an sich vor, da einmal in die Höhle zu gehen. Da hinten ist ja unsere Base. Ich weiß nicht, wo ich frage, wo die Höhle ist. Hier haben wir die Koordinaten. Einmal, ja, 33, 50, 51, ja. Da unten, da oben, wollten wir ja eigentlich auch den ersten Diodicterus, äh, semen. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob das hier ist, wirklich eine Höhle ist, wo halt... Jetzt... Na, okay, hier sehe ich gerade gar nichts. Ich glaube, ich würde sogar auf... ...kann mal 4 gehen. Ja. Das hier ist wirklich eine Höhle ist für... ...oder wo ein Artefakt drin ist, das weiß ich nicht. Oh. Okay, ich habe dann schon zweimal... ...Handschuhe mitgenommen. So, ich habe halt auch noch den Otto dabei. Und Columbus, auch wenn er weiblich ist. Und dann laufen wir hier erstmal... Moment. Schade. Können wir nicht abbauen. Okay. Na gut. Dass mir aber hier ein Eigenblock halt den Weg schlägt. Na gut. Habe ich zumindest nochmal einen Teil. Oh. Uh, Lava. Oh. Da hinten ist auch schon nur das Artefakt. Ich guck mal. Ich habe jetzt halt auch keine... ...Ahnung, was das hier für eine Höhle ist. Alter. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Ich habe halt noch die Krögerkrankheit. Na gut. Muss ich halt nochmal ganz kurz warten. Okay. Ich guck einfach mal so rum. Oh. Eine Wasserfläche. Oh. Kann ich Ihnen gerade eines von aufreden? Oh. 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 andere ende davon irgendwie erst als ich Lava gesehen hatte habe ich jetzt gedacht wir sind wieder oder das hier ist auch ein Teil von der wo die Feuerweibungs sind hier geht es anscheinend über überhaupt nicht weiter irgendwie das hier nicht da oben sieht schon geil aus Ach nee, das ist gar nicht so sattig. Doch da ist das Artofakt. Okay, das ist gut. Okay, der ist an sich auch gut, nur im Endeffekt trage ich das eigentlich nie. Alter, wie viele Loots gibt es hier? Ach, das hier ist das, wo ich eben gerade schon war. Das Problem ist jetzt halt nur... Ich habe nicht so viele Ente eröffnet. Irgendwie bin ich auch schon wieder fast voll. Na gut, verpasst. Ja, Schilds benutze ich wirklich nie. Deswegen schmeiße ich die eigentlich immer weg. Okay. Okay. So. Oh, was ist das denn? Ein verbannter Fackel. So, Artofakt kommt mal bei dir rein. Ja. Ja. Ach so. Ja, hello. Okay. Okay. Ich glaube, das hätte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Ja. Ja. Gehen wir auf ganz sicher. Okay. Okay, aber wenn hier immer drei Drops drin sind und keine Gegner. Ich finde das... Ich finde das gerade, dass hier keine Gegner drin sind. Okay. Oh, die spawnen jetzt alle... Ich mache es wieder heller. Ja. Okay, ich mache es wieder heller. Hier scheinen wirklich gar keine Gegner drin zu sein, das ist ja langweilig. Oh, wie sehen die Pilze so komisch aus?! Na ja. Na gut. Habe ich jetzt halt Siementhaken verbraucht. Dafür. So. Okay, dann wieder Gamma. Warum war denn da nichts los? Hat er vielleicht was nicht bewachtet von irgendwelchen Tieren? Na gut, auf Floss Eilen gibt es halt auch unter Wasser einen. Der ist im Frack drinnen. Aber drei Lootboxen? Das lässt sich auf jeden Fall ansehen. Oh, da weiß ich ja jetzt wo ich meine ganzen Stäcke und meine OP-Equipmen sammeln kann. Und da halt... Am Endeffekt suche ich eigentlich immer... ...auf jeder Map... ...eine Stelle... ...beziehungsweise eine Höhle eigentlich... ...wo ich reinlaufen kann... ...dann schnell einmal den Noot Drop... ...und dann wieder rauslaufen kann. ...und da halt... ...am besten ohne Gegner. Du hast dies dann festgebacken, ne? Ich sollte es lassen. So, jetzt. Ich sollte es lassen, aber schießen wir trotzdem noch. So, dann das Artefakt. Das kommt dann hier einmal hin. Das ist sogar ein Artefakt, das ich überhaupt nicht kenne. Wie heißt denn das? Artefakt des Felsens. Äh... ...keine Ahnung... ...kenn ich nicht. Okay, der dreht sich ganz langsam... ...und die Beine verschwindet auch. Na gut. Zack. 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 Wie steht der hier noch mal rein? Der hat halt ne Menge Haltbarkeit. Wow. Ja. Ich benutze das halt nie. Wirklich. So. Ich versuche es eh noch an. Ich bin hier gerade noch. Eisen... Ach, nicht Eisenerz. Holst Kohle machen möchte. What the fuck? Isensgun. Warte mal, kann ich hier nicht irgendeine Fackel? Warte leid, warum piepst du rum? Hier hätte ich auch mal einen Tresor. Ich habe einen Tresor bekommen aus dem... ...Creative... Ne, nicht Creative. Nein, Mod Creator Spawn. Wer ist denn die jetzt? Diese Beacons, die ich einmal gezeigt hatte. Ich habe einen Tresor bekommen. Ich habe einen Tresor bekommen. Ich habe einen Tresor bekommen. Wow. Okay, ich bin fast tot. Ach du Kacke. Okay, dann weiß ich jetzt, was ich in dieser Episode halt noch mache. Ich habe einen Tresor bekommen. 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 Ja, ich habe einen Tresor bekommen. Ich habe einen Tresor bekommen. Ich habe gerade überrascht, als da die ganzen Schadenszeilen aufploppen. Freddy Krüger, komm noch was hat. Weinen noch kann ich trauen. So. So. Du bleibst kurz hier. So, das brauche ich einmal. So. Okay. So. 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 ich brauche ich muss jetzt mal gucken 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 und den ein von links 1 2 3 4 5 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 und wir wächst das Deckel schräg und ich habe 3 x 4 also 12 so damit habe ich das jetzt schon mal fertig und das jetzt schon wieder was neues gespawnt damit ich habe das jetzt schon mal dann den ist hier das das der Tuck, 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 tuck. Will ich wirklich so einfach Fähre? Das ist nur Malka. Wow. Währenddessen ist einer fertig. Ach du Kacke. Welche brauchen die denn? Na gut. So, wie mache ich das? Okay. Ich lasse jetzt so, dass ich den da hinpacke. Den anderen da hin. Und noch hier auf die Seite des Neuerungen gleich offscreen, weil ich bin auch schon wieder so lange dabei. Dann bin ich jetzt maßlos überladen. Ja, die Leuchtetiere sind schon cool. So, einmal die Hälfte da rein, die Hälfte da rein. So. Das war's und dann fahre ich da gleich noch offscreen auf der anderen Seite die rein. Also ich hatte das auch alles Schaden genommen ey. so. 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 bist du das war eine nachricht ach da bist du das nur weil du einmal Triceratops angegriffen hast aber das wird die nur umspielen erst mal wieder Licht aus und damit wenn ich dann auch mal die folge und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss